Wir sind im Kirchturm, und eine Patrouille kommt von Norden. Da oben, da haben wir eine bessere Sicht. Okay. Hast du freie Sicht auf die Wache? Welche Wache? Ich nehme mal einen, der ist die Wache, ne? Bist du die Wache? Ja, bist du die Wache? Geh mal weg vom Auto. Er ist im Turm. Was? Nein, der eckige Turm. Was? He? Ach da! Da ist niemand! Verdammt! Unsere Deckung ist hin! Wow, wow, wow! Oh nein! Wir gucken gleich die Hunde auf uns loszulassen. Ah! V! Oh! Keine Bewegung! Da ist ein Posten im Kirchturm. Und eine Patrouille kommt von Norden. Hehehe, ich hab ihn. Na oben, da haben wir eine bessere Sicht. Alles klar, darf ich den auch killen? Ich mach's einfach mal. Ziel erledigt. Okay. Los! Ai, ai, ai. Vorder bei sicher, oder? Ja, ich weiß! Hahaha! Okay, gehen wir mal da rein? Na los! Open the door! Oha! Alles klar hier! Ein orthodoxen Friedhof! Yeah! Hast du das gehört? Ja, das war ich! Feindlicher Helikopter! Hallo! Im Schatten bleiben! Hallo, feindliche Helikopter! Woah! Headshot! Nee, Spaß! Los geht's! Hm! Hm! Zimbe! Hm! Hm! Genau so! Ha, ich kann Russisch! Hm! Toohot! When ich meinen Lehrer fragen sollte, Hä, kannst du Russisch? Dann sag' ich Ja! Drubunum! Soffn! Ohehe! Runter! Sofort! Ja, ich weiß! Spiel wurde gespeichert! Siieaaah! Schön, ich hörte meine Stimme jetzt total laut und leise, aber ich fühle gerade die richtige Stellung, dass ich das Mike finde. Ui, 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 ich bin zu schnell für dich. Hey, ui, ein Panzer, wie die werden sich ohne, wenn jetzt plötzlich einer ihre Männer umflügt. Tja, ich bleibe einfach hinter seinem Arsch. Ist zwar schul, aber scheiß drauf. Ihr seht es ja nicht, oder? Scheiße, ihr seht es doch. Okay, ähm... Gib mal die Spur, er ist tot. Okay, was geht's? Boah! Bleib doch nicht stehen! Oha! Oha, mein Fuß ist g'sig. Oha! Ich glaube, es gefällt dir da vorne. Hey, kann ich jetzt wieder aufstehen? Ich muss überall Wanzen und so. Oha! Auf der Mauer, auf der Mauer, auf der Mauer, das ist ja keine Weh! Okay. Das hat beim ersten Mal mehr gespaßt, als ich so klein gemacht habe. Okay. Sieht so aus, als hätten sie bereits alle erledigt, die sie nicht kaufen konnten. Yeah! Nach oben, da haben wir eine bessere Sicht. Das ist ja. Nach dem Level werde ich noch so noch was ausmachen würde. Wenn ihr das seht, dann ist es dann cool. Die Scheiße, die zwei Mal machen. Äh, was? Ich habe gerade den Zug gehört. Sag's nochmal. Ja, so gespeichert und man kann nicht über Scheiße machen. Okay. Wir wurden entdeckt! Macht sie fertig! Hallo! Aua! 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 Ihr, bitteschön. Nö. Hast du bist du? Ja. Kann ich da einfach so einen kaputten Heli nehmen? Äh nein geht nicht. Oder so einen Lastwagen. Ah, der ist der Kapitänz. Nimm mir halt den da. Ich wollte mit dem sagen, das passt ja vollkommen gar nicht. Zurück bleiben. Tadadadada, Spaß. Moment, hier warten. Tadadadada. Wir sollten noch warten und sehen, ob die Patrouille nochmal kommt. Ja, 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 ja. Eine Patrouille kommt hierher. Zurück bleiben. Verdammt, unsere Deckung ist hin. Ja, 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 ich weiß. Scheiß auf Tarnung. Ja, ja, Granata. Hallo? Bist du irgendwo? Fein. Oh! Lass Britten in Ruhe! Wo bist du? Oh nein! Oh nein! Oh nein! Okay, jetzt mach ich aber gescheit. Okay. Moment. Okay. Hier warten. Wir sollten noch warten und sehen, ob die Patrouille nochmal kommt. Oh nein! Ich weiß. Oh! Schlechte zu stecken. Wir hohen entdeckt! Marty, fertig! Ach! Mensch, das war aber nicht meine Schuld! Lass ihn in Ruhe. Das ist mein Freund. Ganz gut war es diesmal nicht, Kumpel. Oh, Heli. Das ist ja eine Versammlung hier draußen. Auf mein Zeichen rücken wir an. Bleibt direkt hinter mir. Das ist ja eine Versammlung hier draußen. Auf mein Zeichen rücken wir ab. Bleibt direkt hinter mir. Moment. Okay, los. Los geht's. Yeah. Fuck right. Es kommt ein Truck. Den benutzen wir als Deckung. Bewegung. Ja. Shit. Es ist so schnell. Warte ein Moment. Krieg raus wenn sie gehen. Und bleib unauffällig. Oh Mensch. Geduld. Jetzt nichts überstürzen. Das ist die Feldlieben. Hier sogar. Mein Arsch. Das soll ich woanders hin. Das ist sicher nicht gut. Bereithalten. 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 Los. Aua. 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 Aufstehen. Aufstehen wäre nicht möglich. Los. Boah auf der hell. Insekt bei mir. Jetzt mal schnell. Okay, du weißt. Bleiben. Niemand hat ausgesehen. Bewegung. Hier lang. Ja. Keine Bewegung. Ja ich mal. Scharfschütze. Notausgang im dritten Stock. Da vorne. Ausschalten. Binderschön. Aushalten. Ich hab das schonmal gemacht. Bis zur Prolung. Na ja. Bis gemacht aber nicht aufgenommen. So für die die es mal nicht gecheckt haben. Und rein in die Kugelschube. Bereich gesichert. Ja ich weiß. Ich hab zu viel. Äh. Lädinbrötung. Okay. Hallo Mr. Leck ist wieder da. Immer wachsam bleiben. Wir sind noch nicht durch. Mr. Leck ist wieder da. Spiel wurde gespeichert. Ja komm schon Leck. Leck. Auf. Leck. Leck. Böser Leck. Aus. Aus. Mach dich nicht mehr. Ab ins gute Stübchen. Ab ins gute Stübchen. Ab ins gute Stübchen. Was ist denn jetzt schon wieder? Vergiss es. Das ist nur ein Fehl der Köter. Auf den töten. Ah. Ich töte den jetzt einfach. Okay. Das kann nicht gut sein. So. Oh oh. Da kommt der Mauch. Nein. Ich kann schon mal vorbereiten. Okay. Immer wachsam bleiben. Wir sind noch nicht durch. Halt. Ja ich weiß. Vergiss es. Das ist nur ein Fehl der Köter. Jam 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 jam. Der frisst wahrscheinlich einen Typen ne. Ja Tatsache. Der frisst einen Typen. Der frisst seine Eier. Seht so das. Der sieht nicht allzu freundlich aus. Ach was. Abstand halten. Wir müssen nicht unnötig Aufmerksamkeit erregen. Ja er freut sich über uns ne. Ja. Achso ne der frisst irgendwas von seiner Hand oder so. Oh oh. Nein. Was ist los. Ich bin dein Freund. Ich bin dein Freund. Rechts sicher. Los. Ich bin dein Freund. Tut dir nicht weh. Los geht nicht weh. Los geht nicht weh. Los geht nicht. Los geht nicht. Seid komm. Nicht aufgehundet alles. Er ist meine Kompression bis. Nein. Geh nicht raus. Oh oh. Ah. Da war ein Porto. Was ist los? Böse Hunde. Puh, das war knapp. Abstand halten. Wir müssen nicht unnötige Aufmerksamkeit erinnern. Für die, die spielen wollen. Nie angreifen, sonst so wie ich. Was, wenn ihr da oben auf dem Gebäude seid? Die Hunde da nicht hochkommt dann vielleicht. Rechts sicher. Los.